Herzlich Willkommen! Ich bin Ärztin für psychosomatische Medizin und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was glückliche Menschen anders machen und welche Tipps dir vielleicht dabei helfen können, selbst ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Tipp 1 ist, sei großzügig. Großzügig mit deiner Zeit, wenn du kannst, mit deinem Geld. Menschen, die anderen helfen, sich sozial engagieren, in Vereinen, wohltätig sind, die sind im Schnitt glücklicher. Oftmals kann es schon reichen, jemandem die Tür aufzuhalten und du weißt, jemand anderen meine Freude zu bereiten, ist die größte Freude. Wenn es dir also gerade nicht so gut geht, dann probiere das aus. Überleg dir, was du tun kannst, um jemand anderen eine Freude zu bereiten. Das können Kleinigkeiten sein, ein nettes Wort zu einer fremden Person, zur Kassiererin, ein Danke hier, ein Tür aufhalten dort oder vielleicht auch eine finanzielle Unterstützung. Gesunde und glückliche Menschen nutzen ihre Freizeit. Und der Faktor Gesundheit ist natürlich auch ein großer Beitrag zum Thema Glück. Und vor allem geht es darum, dass wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht, auch mit wertvollen Dingen füllen. Und wertvoll ist hier etwas, was für dich Wert bedeutet. Das ist ein wichtiges Thema. Was sind Werte? Hierzu sich selbst Gedanken zu machen, was sind meine persönlichen Werte eigentlich? Was ist für mich der Sinn im Leben? Und wofür lohnt es sich, auch sich anzustrengen? Das sind Fragen, die du dir mal stellen solltest. Sehr gerne gebe ich meinen Patientinnen die Übung mit, dass sie sich mal überlegen sollen, was denn wirklich jetzt wichtig wäre, wenn sie nur mehr begrenzte Zeit zu leben hätten. Das mag zuerst mal etwas hart klingen, aber es hilft ganz gut dabei, sich aufs Wesentliche zu fokussieren und sich wirklich bewusst zu sein, was zählt in meinem Leben, was ist wirklich wichtig. Und oft ist es dann nicht das, was einem gerade Stress und Druck macht. Lebenslanges Lernen ist ein weiterer Punkt, der sehr entscheidend dazu beitragt, zur persönlichen Zufriedenheit. Denn wenn wir uns weiterentwickeln und Neues lernen, dann bekommen wir auch neue Einblicke, neue Visionen, neue Fragen und neue Menschen, die wir kennenlernen. Ich kann dir nur raten, es gibt so viele tolle Bücher auf dieser Welt. Schnapp dir eins, fang an zu lesen, sieh dir inspirierende Videos an und lerne, was du schon immer lernen wolltest. Nimm dir Zeit dafür und du kannst so viel in dein Hirn packen, was du noch gar nicht glaubst. Was wichtig ist, dass du deine Motivation findest und dich damit beschäftigst. Fokus auf den Augenblick. Wir verbringen ganz viel Zeit am Tag damit, dass wir, während wir etwas tun, mit den Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Und hier gibt es zwei Netzwerke in unserem Hirn. Eben diesen Automatikmodus, wo wir den ganzen Tag so einen Gedanken nach dem anderen so dahin plätschern und wir auch kaum einmal mehr als 10 Sekunden beim selben Gedanken bleiben. Und es gibt aber noch einen anderen Modus in unserem Hirn. Und der hat eben sehr viel mit dieser Achtsamkeit, mit dem Fokus zu tun. Probier es mal aus. Wenn du zum Beispiel beim Abwaschen deine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Prozess richtest, wahrnimmst, wenn du einen Apfel isst, wie sich der in deinem Mund anfühlt, wie er schmeckt, was das für ein Geräusch macht, dann bist du in diesem Moment. Und du wirst auch sehen, dass du sehr schnell wieder auf andere Gedanken kommst. Denn diesen Modus, diesen Achtsamen, den musst du tatsächlich trainieren. Und je mehr du das tust, umso mehr wirst du lernen, ihn einzuschalten und ihn länger zu bewahren. Und das wird dir dann auch sehr hilfreich sein in Situationen, in denen du es noch gar nicht für möglich hast. Ein weiterer Faktor, der Menschen glücklich macht, ist, Ziele zu haben, Visionen. Was möchtest du mit deinem Leben anfangen? Wo möchtest du hin? Was ist dir wichtig? Wofür brennst du? Und bist du am Weg dorthin? Vielleicht sieht das Ziel so weit weg aus, dass du das schon zur Seite schiebst und sagst, das kann ich sowieso nie schaffen, also fange ich erst gar nicht an. Aber meine Erfahrung ist die, es braucht wirklich auch einmal das Aussprechen einer Vision, eines Ziels, damit man sich in diese Richtung bewegen kann. Denn wenn du darüber sprichst, dann wirst du Menschen kennenlernen, die dir weiterhelfen können. Und auch wenn du den Weg zu deinem Ziel noch nicht kennst und dir gar nicht vorstellen kannst, wie du jemals dorthin kommen könntest, dann rate ich dir und rate meinen Patientinnen, geh einfach mal den ersten kleinen Baby-Step in diese Richtung. Und von dort aus wirst du auf einmal eine neue Tür finden oder mehrere. Und dann schaust du mal rein und mach dir keine Sorgen. Das Leben besteht aus ganz vielen Umwegen. Und du kannst nie vorhersagen, wie gesagt, wie dieser Weg ausschaut. Ebenfalls super, super wichtig fürs Glücklichsein ist Dankbarkeit. Es ist sehr spannend, man hat herausgefunden, dass unser Hirn nicht unterscheiden kann, ob etwas noch in der Zukunft liegt oder schon in der Gegenwart, sobald wir dafür dankbar sind. Das heißt, wenn du jetzt weißt, wo du hin möchtest und du einfach diesen Zustand quasi schon so denkst und dankbar dafür bist, dann glaubt dein Hirn, dass es schon wahr ist. Und das ist ein sehr spannender Hack, Brain Hack sozusagen, den du dir zunütze machen kannst, um auf deinem Weg einen Schritt weiter zu kommen. Wenn es dir zum Beispiel gerade nicht gut geht, dann kannst du dir jeden Tag sagen, ich bin so dankbar dafür, dass meine Stimmung schon besser ist. Und ich weiß, das mag sich am Anfang komisch anfühlen, aber glaub mir, probier das aus und dein Hirn wird neue Wege gehen. Es dauert eine Zeit, bis sich diese neuen Verbindungen dann auch etablieren und eben dieses Gefühl weggeht, dass du da jetzt irgendwas Falsches machst. Aber bleib dran und mach weiter und du wirst sehen, du wirst dann auch wirklich Ergebnisse erzielen. Freunde und soziale Kontakte, das ist ebenso ein sehr, 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 sehr wichtiger Faktor fürs Glücklichsein. Aber nicht nur dafür, man hat in einer sehr langen, unheimlich spannenden Studie herausgefunden, dass es tatsächlich auch wichtig ist für die Lebensdauer. Das heißt, die Menschen leben am längsten, die gute soziale Kontakte haben. Und was eben schade ist, dass oft, wenn man sich nicht gut fühlt und gestresst ist, dann bekommt man so ein Gefühl von Einsamkeit und distanziert sich oft von Menschen. Und dann kommt man in so eine Abwärtsspirale. Und ich rate dir, such dir Menschen, die dir gut tun. Das ist auch ein wichtiger Faktor fürs Glücklichsein. Beende toxische Beziehungen und geh dorthin, wo Menschen gut mit dir umgehen. Grenzen setzen ist also hier auch ein ganz wichtiges Thema. Nein zu sagen ist nichts Böses. Nein zu sagen bedeutet einfach, ich habe dieses Bedürfnis und hier ist meine Grenze und das drücke ich damit aus. Und habe keine Angst davor, diese Grenzen zu setzen. Fang mit kleinen Schritten hier an und du wirst sehen, dass das gut ist und dass es dir gut tut. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, denn du bist nicht unendlich und du hast jeden Tag nur eine Schüssel voll, die du verwenden kannst. Und du siehst, du würdest auch mit deinem Handy nicht außer Haus gehen vermutlich, wenn es nur 20% Akku hätte. Und mit uns selbst gehen wir aber nicht so um. Wir geben oft und geben und geben. Ich sehe das sehr, sehr oft mit meinen Patientinnen und Patienten, dass sie eben viel mehr geben, als sie eigentlich gerade im Moment geben können. Weil sie sich verpflichtet fühlen, weil sie das Gefühl haben, das gehört so, das muss so sein. Und es ist wirklich essentiell wichtig, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, dass du dich selbst gut um dich selbst sorgst. Das ist nicht egoistisch, sondern es ist eine schlicht und ergreifende Grundvoraussetzung, damit du ein gutes, zufriedenes Leben führen kannst. Und wenn du gut auf dich Acht gibst und deine Schutzschicht sozusagen bewahrst, dann wirkt sich das einfach schlicht und ergreifend positiv auf dein Umfeld aus. Also mach dir hier kein schlechtes Gewissen. Das ist genau richtig so. Und zu guter Letzt, die Selbstreflexion ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Nimm dir Zeit, um den Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Schau dir an, wie du bist. Denk nach darüber, was du ändern könntest. Niemand ist perfekt. Wir alle entwickeln uns jeden Tag weiter. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich und wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, dass du diese Tipps für dich anwenden kannst.